James, los! James, komm raus! Ich zeige dich! James, komm, wir haben uns... Alter! Der stand genau vor mir! Der war da, ja. Hätte ich ne Kamera gehabt, aber... Ich hatte ja leider das EMF in der Hand. Also Sprachbox. Vor allem das Schlimme ist, ich glaub, unsere Nachbarn rufen gleich die Polizei, wenn ich weiter so schreie. Was hast du? Was hast du? Leck mich einfach!